Das heißt, ich komme irgendwie nicht so wirklich zu Internet unterwegs. Das ist immer ein bisschen kacke. Ich war einkaufen mit meinem Schal über dem Gesicht und ich bin ja schon erstickt. Polizeikontrolle voraus. Ich wüsste nicht, wenn das letzte Mal die Liter schneller geflossen sind als die Euros. Ich fühle mich auch echt privilegiert. Ich bin gerade da, wo viele gerne wären. Hi, ich bin Pete und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Es ist Ende Mai und ich verlasse die Ecofarm nach über sieben Wochen und mache mich auf den Weg an die spanische Nordküste zum Surfen und gleichzeitig auch ein Stück Richtung Heimat. Aber keine Angst, meine Reise ist noch lange nicht vorbei. Ich habe gerade noch einen Halt gemacht in Caceres. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Caceres, Caceres. Eine relativ große Stadt. Befindet sich in der autonomen Gemeinschaft Extremadura. Was, wenn man Russisch kann, ein bisschen lustig ist. Extrema Dura. Das ist so viel wie extremer Dummkopf in der weiblichen Form. Ja, so heißt die Region hier auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich eine SIM-Karte kaufen, aber die ganzen Läden haben zu. Das heißt, ich komme irgendwie nicht so wirklich zu Internet unterwegs. Das ist immer ein bisschen kacke. Ich will aber unbedingt noch eine spanische SIM-Karte haben, weil die sind relativ günstig. Hier kriegst du 40 GB für 28 Euro. Prepaid, kannst du monatlich aufladen. Das ist im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr günstig. Mal davon abgesehen, dass es Prepaid-Karten mit dem Datenvolumen überhaupt gar nicht gibt. Und da ich demnächst auch noch in die Nordics reisen will, also Schweden, Norwegen, Finnland und so weiter. Wäre so eine SIM-Karte ganz nützlich, weil da ist es nochmal doppelt so teuer wie in Deutschland. Also wahrscheinlich dreimal so teuer wie hier. Und die SIM-Karten sind halt inklusive EU-Roaming. Das heißt, die kann man noch da verwenden. Ja, gute Nachrichten. Ich habe eine SIM-Karte. 28 GB, 40 Euro. 30 Euro. Stimmt, 30 Euro. Ich habe nur 30 Euro bezahlt. Achso, wegen 10 Euro Gutschein. Okay. Aber normalerweise 28 GB, 40 Euro. Ja, das ist die gute Nachricht. Dass das nicht so gute Nachricht ist, dass ich von zwei Ordnungshütern oder Polizisten, ich weiß nicht genau was es ist, angesprochen wurde, wo denn meine Maske sei. Ja, auf jeden Fall, ich bin hier der Einzige, der ohne Maske rumrennt. Das bedeutet, dass es anscheinend hier Pflicht ist, immer zu jeder Zeit eine Maske zu tragen. So sieht es auch aus. Alle in den Autos haben auch eine Maske. Ich finde das ganz schön anstrengend. Vor allem bei 35 Grad. Und die Sehnaufigkeit sei mal auch dahingestellt. Also, wenn ich hier alleine durch die Stadt laufe und hier keinen anhuste und keinen anfasse, warum soll ich dann eine Maske tragen? Das ist irgendwie so... Ach, weiß ich nicht. Und dann war ich in einem Sim-Shop. Ja, da ist alles abgeklebt und so eine Trennwand und ein Riesenaufwand und eine Maske und alles. Aber dann wird halt ganz normal interagiert. Da fasst mein Geld an, da fasst mein Handy an. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das alles komisch. Ein Haufen, ein Haufen Aufwand. Und der Nutzen ist fraglich. Ach so, dann sieht man den Hintergrund. Alle Stadtparks sind abgesperrt. Nichts hinsetzen, Natur genießen. Ist nicht drin in Spanien. Wenn, dann musst du rausfahren, komplett in den Wald oder so. Apropos Wald. Ich suche mir jetzt ein Plätzchen zum Übernachten. So, es ist schon fast 8 Uhr abends. Und ich habe mir einen kleinen Waldparkplatz ausgesucht. Mit Bächen. Und schönen Schatten. Jo, das muss für die Nacht reichen. Ich werde mir jetzt was Schönes kochen. Und dann geht es morgen früh weiter. Morgen früh werde ich noch ein bisschen Sport machen und Joggen. Hier ein bisschen rumlaufen. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Und ich glaube, der Sonnenuntergang wird heute ganz cool. Ich habe einen ganz coolen Spot. Schauen wir mal. Ach, ich bin irgendwie gerade nicht so kreativ. So ein bisschen so gedrückte Stimmung. Nicht gedrückt, aber nachdenklich. So, wenn man wieder aufbricht. Viel Stress. Und man muss viel organisieren. Ich war die letzten 7 Wochen an einem Fleck. Da muss man nichts organisieren. Strom, Wasser, alles da. Ist immer sicher. Zwei Wachhunde. Jetzt muss man sich irgendwie um alles kümmern. Um Sicherheit und Essen kochen und Platz finden. Boah, wie weit fliegen hier. Ja, das beschäftigt mich irgendwie. Und das raubt einem ziemlich viel Energie. Ziehen. Und wo ist Italia. Da ist allein, wie we Pho 2010 sind. Musik. Matthiasileen . Aber als Junge. différence beiτόbits von taman zu bringen. Frau Drudible. Kalauру. Ich war gerade eine Runde Joggen, es ist echt wunderschön mit ein paar Flüssen hier in der Gegend. Ich bin immer noch in Bejar oder hier sieht man die Stadt im Hintergrund so ein bisschen. Fliegen. Beim Joggen habe ich festgestellt, mal wieder. Mir kommen ganz viele Leute entgegen zum Spazieren, Wandern und auch Joggen. Die haben eine Maske auf, auch wenn sie alleine joggen. Also wirklich so auf. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also warum? Ich war einkaufen mit meinem Schal über dem Gesicht. Ich bin da schon erstickt. Scheinbar wurde den Leuten hier so viel Angst eingejagt und sich hier Strafen verhängt in Spanien. Die Polizei ist ja wirklich rigoros dagegen vorgegangen und hat das bestraft für 250 Euro oder so. Jetzt haben die Leute alle Schiss irgendwie und tragen die Maske selbst, obwohl das gar nicht sein müsste. Das ist ein Irrsinn. Seitdem ich auf meine Reise aufgebrochen bin, ist mir eine Sache aufgefallen. Also die Fat Lady erzeugt doch schon so einiges Aufsehen. Die Leute gucken sich danach um. Wenn sie spazieren, bleiben sie stehen und gucken sich das genau an. Von oben bis unten, machen Fotos. Das Problem dabei ist, ich weiß immer nie, ob die Leute das einfach geil finden und sich dafür interessieren oder ob sie es gerade nicht mögen, dass ich da stehe und meine Nummer still fotografieren. Das sieht man den Leuten irgendwie nicht so gut an. Und gerade hier war jetzt zweimal die Situation. Zwei Männer kamen vorbei, haben hier alles inspiziert und dann ein Foto gemacht. Die haben eine Maske auf. Und da weiß man noch weniger, was die Emotionen sind und was die Leute da gerade denken oder welche Absichten sie haben. Ein bisschen schwierig. Das ist dem einen oder anderen schon wahrscheinlich aufgefallen, der in der Stadt zwischen vielen Leuten unterwegs ist mit Masken. Man kann nicht die Emotionen sehen, weil man halt den Mund nicht sieht. Über den Mund gehen extrem viele Emotionen. Aber es ist auch möglich über Augen zu kommunizieren und über Augen zu lachen. Man muss es nur zu deuten wissen, sich daran gewöhnen. Aber es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Vielleicht nochmal ein Kommentar zu diesem Masken-Thema. Also ich habe generell natürlich nichts gegen Masken. Das macht alles Sinn. Nur ich habe den Eindruck, dass sie eingesetzt werden ohne Sinn und Verstand. Also dass die Leute aufhören nachzudenken, einfach das Ding anziehen und fertig. Weil sie keine Lust haben, darüber nachzudenken, wann es Sinn macht und was keinen Sinn macht. Das ist eher das, was mich stört. Und ansonsten, Masken cool. Bringt denke ich schon was, wenn man halt in Menschenansammlungen ist oder halt den Abstand nicht wahren kann von zwei Metern ungefähr. Dann macht das Sinn. Alle Sachen sind gepackt und jetzt geht es weiter zur Nordküste. 500 Kilometer nach ungefähr zu fahren. Ich muss aber erstmal tanken. Und ich habe bei so einer Tank-App, 1, 2, 3 tanken, eine Tankstelle gefunden, wo der Liter Diesel angeblich 87 Cent kostet. Das gibt es kaum ein bisschen weiter entfernt, was leider nicht auf meiner Route liegt. Eine Tankstelle für 81 Cent pro Liter. Verrückte Preise. Ich fahre mal hin und gucken, ob das wirklich so stimmt. Polizeikontrolle voraus. Ok. Haben mich nicht angehalten. Ok. Gut. Da schlägt das Herz so ein bisschen höher, wenn man so viele Polizeiautos sieht. Ich bin an einer Tankstelle und man glaubt es nicht. 87 Cent für Diesel. 95 Cent für Benzin. Scheiße, ist das billig. Ich wüsste nicht, wenn das letzte Mal die Liter schneller geflossen sind als die Euros. Das ist lange, lange her. Ja, ich weiß. Meine Frisur sieht aus wie ein verrückter Professor. Aber, puh. Yo, yo, yo. Ich habe es fast geschafft. 140 Kilometer nach. Ich fahre im Schnitt 90 kmh, so wie immer. Und, ja. Durchschnittsgeschwindigkeit 79 kmh auf die ganze Strecke. Das ist normal. Das ist eigentlich immer so 80 kmh im Durchschnitt. Ja, zieht sich ein bisschen. Aber ich höre Hörbücher und Musik und schreibe ein paar Dinge auf, die mir so durch den Kopf gehen. Insofern wird die Zeit sinnvoll genutzt. Halt! Stopp! Also bevor jetzt einer klug scheißen will, ich habe die Spiegel jederzeit im Blick und weiß genau, was auf der Straße passiert. Das Hörbuch, was ich mir anhöre, ist von Ben Brown und heißt New Perceptions. Ich verlinke das morgen in die Videobeschreibung. Mega interessant. Super viele Gemeinsamkeiten hat der Junge zu dem, was ich so erlebt habe. Und der erzählt das richtig gut. Ben Brown ist, also man muss ihn nicht kennen, aber er ist ein YouTuber, den ich seit seiner quasi Entstehungsgeschichte auf YouTube begleitet habe. Ich weiß gar nicht wann das war. 2013 oder 2014 oder so. Und es war sehr interessant ihm zu folgen durch sein Leben und durch seine Veränderungen. Er macht viel richtig jetzt in letzter Zeit. Und er hört mal rein. Mir macht es mega Spaß sich das anzuhören. Es geht letztendlich um, wie fühlt man ein besseres, glücklicheres Leben. Und er hat ein paar sehr gute Tipps und Methodiken. Leute, Leute, Leute. Ich sehe das Meer. Unfasslich. Ach krass. So wie es hier sogar aussieht, ist Liegen am Strand erlaubt. Ja. Wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, war das der erste Tag, an dem es wieder erlaubt war. Weil da hunderte Leute liegen. Geil. Das war im Süden nicht erlaubt. Ich bin da. Das war eine anstrengende Fahrt. Ich konnte nicht mehr sitzen. Ja, da bin ich nun. Und da sieht man auch den schönen Ozean im Hintergrund. Nicht nur auf dieser Seite, sondern auch auf dieser Seite. Ich bin nämlich auf einer Landzunge. Auf beiden Seiten. Schönen Ozean. Und schöne Anfängerwellen. Genau das richtige für mich. Morgen früh. Elf Uhr geht's los. Ich werde heute noch die Zeit nutzen, ein bisschen rumzuspazieren, die Gegend zu erkunden. Ist vielleicht noch ganz interessant für euch, wo ich bin. Also ich befinde mich im Parque Natural de Ollambre. Es ist an der Nordküste. Und die nächstgrößte Stadt ist Santander. Und wie der Name schon sagt, das ist ein Naturpark. Es ist überall das gleiche Bild. Ich gehe gerade ein bisschen spazieren und komme hier an Häusern vorbei. Hunderte von Häusern. Hier ist einfach keiner. Hier ist alles ausgestorben und tot. Weil, das ist alles nur für den Tourismus gebaut. Und der ist gerade nicht da. Das ist eine Verschwendung, ey. Ich weiß gar nicht, dass die Häuser auf der Welt leer stehen. Und Millionen von Menschen haben kein Zuhause. Aber die Häuser stehen leer. Super. Ich mache mal einen kleinen Ausflug zum Strand. Es ist schon relativ spät. Es ist 19 Uhr. Aber ich versuche es mal. Ich habe einen Parkplatz gefunden. Und jetzt ab zum Meer. Und schön rein. Und ich sehe Surfer. Gelo. Morgen höre ich da auch zu. Und ich hoffe, dass ich in dieser einen Woche, und eigentlich sind es nur vier Tage, jeweils zweieinhalb Stunden, Unterricht, dass ich da das hinkriege, selbstständig das Meer zu lesen und die Regeln zu können. Und dann alleine gehen, surfen gehen zu können. Das wäre so der Traum. Mal gucken, ob das klappt. Normalerweise sagt man so nach zehn Stunden reicht das noch nicht. Man müsste so 20 nehmen oder so. Wir kommen in der ganzen Sache näher. In der ganzen Welt zu heaven ди Nein, ich sehe, ich sehe! mapped weiter ab. Denn wir müssen auch gleich spawnen, Untertitelung des ZDF, 2020 Hier, da sind schon ein paar gute Brecher dabei. Ich suche mir mal eine etwas ruhigere Stelle zum Schwimmen. Ja, ich fühle mich selten sowohl wie irgendwo am Meer, beziehungsweise sogar am Ozean noch besser. Irgendwie gibt mir das extrem viel Energie und Kraft. Ja, schwer zu beschreiben. Aber da fühle ich mich lebendig, wenn ich da erstmal im Wasser bin. Ja, das Wasser ist frisch. War gerade drin. Würde ich so schätzen auf 17, 18 Grad. Aber mega angenehm. Eigentlich je kälter, desto besser. Das ist nur die anfängliche Überwindung. Beim Surfen morgen wird das, glaube ich, kein Problem. Mit Neopren ist das echt angenehm. Wenn man eh ständig in Bewegung ist, ist einem auch warm. Das ist kein Ding. Eigentlich, also ich wollte eigentlich nur eine Woche hierbleiben. Aber ich fühle, dass das eventuell länger sein kann. Das ist ja die einmalige Gelegenheit, jetzt am Meer zu sein zu diesem Moment. Und ich glaube, das werde ich nochmal ein bisschen auskosten, ein bisschen länger bleiben. Mal gucken. Erstmal surfen. Mal gucken, wie das klappt. Ich bin gerade da, wo viele gerne wären. Am Meer. Abruzieren. Und ich fühle mich auch echt privilegiert. Das können gerade nicht viele oder nicht alle Menschen machen. Wegen Corona. Aber irgendwie fehlt mir was. Nämlich irgendwie ein Anlaufpunkt. Menschen, mit denen man irgendwie abhängen kann. Ja. Ich werde mal versuchen, ob ich irgendwie Kontakt aufnehmen kann mit ein paar Leuten. In den nächsten Tagen. Aber es ist natürlich durch Corona irgendwie extra schwer. Weil alle irgendwie auf Abstand gehen. Viele Bars und Rufsons haben gar nicht auf. Vielleicht hilft mir das Internet ja irgendwie, irgendwen hier kennenzulernen, der mich hier ein bisschen in der Gegend rum zeigen kann. Bis dahin genieße ich das Meer. Und das Wetter ist es auch nicht mehr so heiß wie im Süden. Im Süden waren es hier schon bis zu 35 Grad. Und hier sind es so 21, 22. Das ist echt angenehm. Ist eigentlich perfekt. Perfekter geht's gar nicht. Yo. Ich bin gerade echt happy, glücklich und zufrieden. Ein bisschen Meer, ein bisschen Sonne. Was für ein Meer. Geiler Stellplatz. Ich werde jetzt ein bisschen Videos bearbeiten. Und den Sonnenuntergang genießen. Die einzige hat mich geschenkt. Ich bin gerade wieder. Ich bin gerade ein bisschen Campus. Ich bin gerade mit snod Sulliviert. Ich bin gerade eine großeangerschaft. Michnet drinking das Wasser. Vielen Dank.